Warum kommt Lord Voldemort umsonst in die Harry Potter Ausstellung? Weil der Eintritt 20 Euro kostet. Pro Nase. Ich habe weder die Geduld, noch die Buntstifte, um es dir zu erklären. Papa, warum geben sich die Leute beim Heiraten in der Kirche die Hände? Reine Formsache, mein Kind. Die Boxer machen das vor dem Kampf auch.